Ja, einer ist nieder, der andere ist auch down. Okay, einen habe ich nieder, braucht dringend Support, weil du bist da, perfekt. Okay, beide sind nieder. Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es mal wieder eine Duo-Runde zusammen mit Vesley. Schaut in die Videobeschreibung, dort ist ein Kanal verlinkt und falls ihr keine weiteren Fortnite-Videos mehr von mir verpassen wollt, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Aber nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich gehe einfach mal zu diesem ganz großen Haus. Oh, diese Musik ist ja hier so ätzend. Also ich höre auf jeden Fall auch ein, aber jetzt auch wiederum nicht mehr. Oh, zwei. Vielleicht kam. Ja. Ja, einer ist nieder, der andere ist auch down. Wir waren jetzt nicht die besten Gegner. Habt ihr mehr zugetraut? Hier ist ein Tommy ganz fast zu bist. Aber lieber einmal zu oft kommen, als wenn ich gleich gefinisht werde. Ah, na, das blaue AR. Also ich hab mal eine Zeit lang nur noch mit dem Trommelgewehr gespielt und keine AR mehr mitgenommen. Und da ist mir einfach mal aufgefallen, dass wenn irgendein Gegner gut auf dem Feld ist, man hat einfach gar keine Chance, den mit dem Trommelgewehr gut zu hitten. Ich hitte mit dem Trommelgewehr wahrscheinlich meistens mehr als mit dem normalen AR. Ja, ja, keine Ahnung. Also ich... So ein MC erhitte bei mir gar nichts. Ich hitte nur mit der Scar. Oh, der Cube ist bis dahin gemoogt schon. Wüsste ich gar nicht. Ja. Es gibt ja sogar einen extra Livestream, ne? Auf YouTube. Der einfach 24-7 online ist und wo dann... Äh, ich glaub das ist dann im... Ist es in Spielwiese? Ich weiß es gar nicht. Aber das ist halt dann so eine Live-Verfolgung von dem. Und der dreht sich dann halt immer. Ist etwas unnötig. So. Besonders, da sind richtig viele Zuschauer, ne? Der hat dann irgendwie... Oh, da ist ein Gegner mit dem Würfx langgeflogen. Äh... Der hat dann irgendwie 5.000 oder 6.000 Zuschauer. Äh... Nur weil er irgendwie einen Screenshot zeigt, wo der... Äh... Wo der Würfel momentan ist. Und beim Würfel, da sind auch gerade Leute. Ist da so ein Gravity-Field rum oder nicht? Äh, leider schon. Vor uns, vor uns, direkt vor uns. Jo. Hab's gemerkt. Oh nein, ich muss von rechts gesnappt. Ja, ich hab ihn ein paar Mal gehittet. Ich bin auf 6 HP. Oh, fuck. Ich komme. Und er pusht nicht. Nein, er ist bei mir. Hast du ne Falle? Nein. Ich auch nicht. Also ich hab ne Falle, aber... Einer ist nieder. Noch 3 Sekunden aushebst, dann hab ich mein... ...Mack-Clip gejustiert. Mach das. LOL. Äh... Ich spamm gerade einfach nur. Er geht immerhin nicht auf Finish. Der ist unten. Er ist unten bei mir und er geht doch auf Finish. Ehrenmann. Da hatten wir nur ein paar Hits mitgegeben. Eingetheft. Lasted. 60er. Die sind echt gut. Noch ein? Okay, erst noch. Perfekt. GG. Oh. Ohne Probleme. Du musst es mit Kit Usen und ich. Ich hab noch 14. 16. Ja. Belastend. Das war der Typ, der ich gesnappt hat, oder? Ich war voll verwirrt, weil die hatten beide den selben Skin. Okay, hier liegt schon mal ein Big Shield. Ich kann den gerade eher... Obwohl, wir können beide gleich viel gebrauchen. Die sind im Einkaufsfang. Vor uns. Okay, ich nehm den noch eben. Paar Sekunden. So. Die kommt auf den Berg hoch. Die kommt zu dir. Die darf ein Stück nach hinten. Oh, der eine hat böse kassiert. Ich versuch, die gerade runterzuschießen. Hab den einen, hab den einen, hab den einen. Nice. Dann geh ich mal auf den anderen. Ab ihn. Beide? Nee. Nein, nur den. Ich dachte gerade schon. Okay, der ist auch tot. Pass auf die Zone auf. Wir müssen laufen. Oh, fuck. Der hat aber... Einen guten Loot. Oder? Ja, ich lauf da jetzt in die Zone. Ich hab eh bei da schon. Okay, okay. Ich lauf von der Zone weg. Ich hab einen Medikit. Eines hat mir nur. Okay. Ich nehm mal den... Du hast eine Medikit nur eins. Okay. Ja, aber ich krieg keine Zuschauer. So, dann lauf ich jetzt mal in die Zone. Verbände nehm ich noch mit. Okay. Die Zone macht gut Damage, aber ich hab Bandagen mit. Das heißt, das dürfte nicht das Problem sein. Aber das dürfte ich auch ohne Heilen schaffen, glaube ich. Du hast halt echt kein Schild. Das ist belastend. Die bauen gerade schon wieder alle Basen. Sollen wir mal schauen, ob wir die ganz links, die mit dem Basen pushen können? Die sind rausgelaufen. Einer zumindest ist rausgelaufen. Oh, das ist cool. Perfekt. Und du hast jetzt auch 200%. Wenn ich noch einen Pilz finde, hätte ich das auch. Einen Pilz finde ich nicht mehr. GG. Oh, lol. Das war knapp. Die können auf jeden Fall auch schnappen. Da findet ihr zwei noch rein. Komm. Also entweder lag es mal wieder in Fortnite oder mal im Internet. Dann habe ich nichts gesagt, aber gut mal es lag in Fortnite heute. Also müssen wir mal schauen, bitte zuhunglück. Ja. Nennt man das sohunglück? Ich habe keine Ahnung. Bleibt es noch? Das ist nicht schlecht. Das ist mir gerade auch schon aufgefallen. Ich hatte echt mega Glück, dass er mich nicht getroffen hat. Was macht er? Was bringt ihm jetzt das Gespame? Also. Ich verstehe es halt echt nicht. Tut mir ja leid, wenn ich dann einen Denkfehler oder so habe. Ich könnte Grenade-Launcher machen, ne? Das reicht nicht. Meinst du? Doch. Der dürfte so weit kommen. Okay. Hast recht. Also was mich halt stört, dass hier noch so viele... Oh. Direkt neben uns sind auch noch Gegner. Die kommen zu uns, oder? Ja, die kommen sowas von zu uns. Das belastet direkt neben uns. Die sind direkt bei uns eigentlich. Ja, und das belastende ist halt, dass die anderen Gegner jetzt auch da sind. Okay, einen habe ich nieder. Ich brauche dringend Support. Aber du bist da. Perfekt. Okay, beide sind nieder. Jetzt schnell hochhellen. Hier ist ein Heavy-Pump für dich. Pass auf die anderen auf. Ja. Wir sind immer noch in der Ära, in dem Power-Ton. Warte, von denen... Irgendwer hier. Ich habe Minis, hier steckt. Hier, du wappen mal. Die fighten. Zwei, die hier. Steckt. Oh, die fighten? Okay. Rechts von uns noch mehr. Ich kann dir Bounce-Pads geben. Warte, ich muss mal ganz kurz rein. Ich brauche Ding, ich brauche... Äh, Mats. Äh, Bounce-Pads liegen da. Ja. Einer ist unten. Einer genockt, ich habe ihn. Nice, perfekt. Einer ist direkt bei uns. Weg ihn. Alles, perfekt. Ah, knapp 15 abgehen. Pass auf. Oh, fuck. Okay. Es leben aber noch. Hast du noch Bandys oder so? Ja, habe ich. Du ab. Fallen etwas weiter runter. Aber sind noch kreisbar. Ja. Auf dem Dach sind noch Gegner. Hast du noch Rockets für mich aufgesammelt vielleicht? 12 habe ich ja. Dann besuchen du, du baust auf den Rest hier. Ja. Weil die sind direkt auf dem Dach. Lass sie nicht, lass sie nicht, lass sie nicht. Tamperein, ja. Schön. Versuch ins Dach reinzutampern. Oh, lol. Bei uns Granates. Ja. Das sind deren. Ey, wir haben Metalle aus zum Bauen. Wieso? Ja, zum Neubauen gleich, falls die umsetzen. Oh, der eine hat den Headshot mit der Scar kassiert. Oh, fuck, ich wurde gesnapt. Einer ist niedergestreckt. Okay. Nice, nice, nice. Hast du noch Minis? Äh, nein, hab ich nicht. Verbände? Ja. Alter, dann nehme ich dir jetzt mal ganz schnell Verbände. Auf jeden Fall eine ziemlich intern diese Runde. Versch, 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 versch. Fuck. Pass auf, pass auf, pass auf, was ist noch Putin? Von Wurf. Ja. Wie konnte ich ihn aufheben? Hat das Spiel gewonnen? Ja. Waren das nur noch vier Leute? Ja. Oh, belastend. Was ist nämlich das? Wie konnte er ihn überhaupt aufheben? Das waren keine zehn Sekunden. Also, das war das, was ich mein Jump Team.